Wir sind jetzt dabei, eine ZD aufzunehmen. Die Hälfte haben wir ungefähr schon im Kasten. Wir freuen uns sehr, wenn es soweit ist, dann zu Januar oder Februar wird es soweit sein, wenn alles klappt. Wir freuen uns sehr und ich hoffe, ihr auch. Auf der Wiese, Italie, in der Sonne, da hat sie, und sie hatte einen roten Luftballon. Etwas Schönes gab es nie auf der Wiese, Italie, und das rote Luftballon war's. Angelina ist jetzt eine Frau. Angelina, heute ist es gut, geht's auch. Und die Frau in Lufa, um nur eine Ssichter von der Wiese, die Frau in Lufa. Und die Frau in Lufa, um nur eine Ssichter von der Wiese, die Frau in Lufa. Und die Frau in Lufa, um nur eine Ssichter von der Wiese, die Frau in Lufa. Und die Frau in Lufa, um nur eine Ssichter von der Wiese, die Frau in Lufa. Und die Frau in Lufa, um nur eine Ssichter von der Wiese, die Frau in Lufa, um nur eine Ssichter von der Wiese, die Frau in Lufa. Ich bin verloren, Angelina Fang ist ein, ich bin verloren.